Und äh, von Hauke kommt jetzt das abends... Ja, 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 ja... Veröffentlich, wo Hauke auch geht... Hauke! Ach, der bleibt hier zu hoch, hab ich. Ich häng noch ein Tor fest, da müssen wir echt schnell sein, ja? Hauke, dann nix. Aber wer ist Hauke, Alter? Hauke! 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 Manu, die machen Moves und so. Wann sollen die? Wann sollen die halt nicht? Wir haben die Moves. Gut, das kriegt ihr heute. Okay, Digga. Hau den mal in der Mitte, aber... Weiß nicht, ob ich das noch... Oh! Ich wollte gar nicht mit Doppelsprung losfliegen, Alter. Davon bin ich von hoch gefetzt, Digga. Was geht? Komm doch rein, oh! Boah! Okay, ich wollte gerade sagen, ich mach den Rückplatz. Aber mach ich nicht. Oh, den hätte ich fast nochmal gehabt, Alter. Hätte ich einmal auf Speed drücken sollen. Auf B. Oh, der hat mich ganz schön verarscht, Mann. Oh! Oh! Was mach ich, Alter? Ich dachte, der Kug voll ist mehr dran und bin einfach... Da hab ich auch nicht mit gerechnet, dass der reingeht. Ich... ich ess auch nicht. Ich flieg mal voll ist mehr einfach. Straight, Mo! Den hat er... den gesoft tappt. Ja, 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 ja... Oh! Jetzt los, 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 los! Ja, sehr gut. Easy. Wir machen halt die schönen, weißt du? Also... Was ist das? Was ist das? Dein... altes Headset. Oh, der ist schnell. Ja, direkt. Nee, tut er nicht. Nee, tut er nicht. Nee, tut er nicht. Du bist nicht. Oh, dann steht dich heute eigentlich um Essen. Nein, oh, ja... Ja, nein. Oh! Schon geklemmt. Der Röntgen, oder? Dikta, ne? Dikta, ne? Die Wiederholung war völlig falsch von mir. Ja, 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 ja... Ich bin ja nicht da gewesen, aber das haben wir alles gemacht. Ja, ja, ja. Du hörst mich. War schon so. Ja, ja, ja. Und ich kann mich vergessen, die Kosmopolisten, weil die Afrika rauskommen. Und süß! das war nix nicht gut genug richtig scheiße die leben das auch noch richtig weißt du kauf hier mal ein headset man auch nicht irgendwas das bessere sound quali aber das mag das nicht ganz ehrlich die wiederholung ja ich bin viel zu langsamer ja jetzt versucht er wieder ein fancy schiff was soll er doch oh der andere kommt vielleicht vor mir ran ja ach ne man romansch ein herz für kinder romansch oho ne neun 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 Oh, der kommt um Oh, sorry, ich wollte die eigentlich nicht schaffen Okay Das ist ein anderes Ball Ah Nein Nicht weit genug, pass auf, komm mal Nice Er kommt nochmal zurück, kannst du den hin? Nee, ich hatte auch nix boost, ich konnte es nur so versuchen Und dabei jämmerlich versagen Oh Er ist gesucht? Noch? Sehr heiß? Nee, nicht mehr Oh shit, ich hab ja den boost nicht gekauft Oh, ich hab nur gesucht, ich hab da gar kein Speed drauf gekriegt Nein Alles nicht mehr gut, er hat mich verarscht Oh, das war so knapp, Mann AHHHHH RIPLESS DAL 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 lig DAL Hallo Merkst du selber ne? Das ist H H Oh, s***. Wow. Man, nicht so... Oh, s***, oh s***, oh s***. Ja, okay. Nee, noch nicht so gut. Oh, oh. Oh, s***. 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 Oh, der ist gegen die Dicke da, alter. Der Geball. Er ist gegen die Dicke. Nein, ich flue! Du bist immer noch mal! Warum? Warum? Er war schienass! Er ist immer noch so buggy, die Wiederholung. Der Ball rollt nicht rein, er funktioniert gar nicht. Ballmassage? Beinmassage? Ich probiere den Platz in den Züchten. Ich wollte da nicht rein, ich dachte nicht. Ich hab' doch nicht rein, ich dachte nicht. Entschuldigung, ich hab' doch nicht mehr. Halt doch mal deine Fresse! Ich versteh' doch. Ich versteh' doch. Ich versteh' doch nicht. Widerholung, ich muss gehen. Hör'n, 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 hör'n. Häh? Bei mir hat er gar nicht mehr zurückgesetzt, ich war kurz stuck in der Wiederholung. Ah, oh, 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 oh! Attends, attends, parle, parle! Parle, parle, parle! Quote, wasser jetzt passiert? Allee, dog, ich weiß, dass du einen willst. Oh, das wäre ganz okay. Mit der Bracot kippet, Leute, ich weiß, dass du einen willst. Allee, dog, ich weiß, dass du einen willst. Mane gute, eh. ganz richtig Ich kann dir nicht vorstellen, was das für mich ist. Oh, zu doll. Shit. Eins. Narsch. Narsch. Oh Gott, ey. Er holt jetzt einen Supermove raus. Ich geh hin. Oh. Zu knapp. Ja. Oh. Was? Ja. 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 Ich hab's schon wieder weg. Er drittlos. Ah. Ja. Ja. Wie komisch war der, ey. Boah, der Wettergänger. Oh, scheiß Spass. Der ist voll Längig zwischendurch, so. Was geht denn mit den Servicemen? Dann hab ich richtig die Englisch getroffen. War natürlich aber einfach ein Länger. Oh, krass. Das ist, ist klar. Großbrühe, oder? Irgendeine andere Brühe. Es gibt ja verschiedene Brühearten. Das vergessen die meisten Leute. Klar. Ich weiß auch nicht, ob Großbrühe wirklich die klarste von denen ist. Nein. Das ist wahrscheinlich die Erogerin. Oh, der kommt vielleicht. Ich komm mal um zu runter. Ja. Ach so. Ist er in die Latte gegangen? Ja. Ja. Na, das sagt ja nix mehr, ne? Halle boh, hallaa. hey johann, was ist denn los? er ist dripplos ja auf einmal auch so laut, eben war es immer der andere ja war echt so oooh jetzt geht es wahrscheinlich voll zu oooh den hab ich noch nicht ziemlich ich hatte keinen Plan was du mehr wollte ich auch nicht oh shit, oh shit, oh shit jetzt verkackt mich da ich hatte schon kurz Angst oooh man was machst du? naja boah das läuft grad voll langsam bei mir von so richtig geiler Zeit mit dem du tsch du tsch 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 ja reicht jetzt auch ne tsch 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 lausiger Hens hallo Hens ans Moin kam fast wie ein Knutscher rüber weil ich den Mund quasi dabei schmackzend aufgemacht habe als ich Moin gesagt habe Moin Da bist du schön Danke total übertrieben überhaupt nicht und sogar echt lieb von dem endlich mal ein bisschen Zuneigung Soweit ist das einfach über die, äh, über die Zeit laufen. 1-0 über die Zeit laufen. Hm, hätte ich vielleicht gehen können. Wollte ich aber nicht. Keine Ahnung. Oh. Ja, die hat mich. Ja, die hat mich. Kloppt. Ich schubsen die Bösen. Jetzt, jetzt kommt er. Oh, scheiße. Ich bin ihn getroffen, den Ball, gar nicht. Oh, nein, ey. Oh, shit. Oh, shit. Nein, nice, Alter. Ich brauche ihn. Nein, er hat mich weggeschossen. Oh, wenn der mich nicht weggeschossen hätte, dann kein Ding. Fliegt halt auf den Leger, ey. Oh, shit. Oh, noch nix für Booster hier irgendwo. Nice. Oh, shit. Ja. Was? Sind voll asozial. Die beiden? Ja. Sind die halt ehrlich? Die hier tatsächlich auch? Oh. Das war... Nice. Nice. Ich wollte da nur vor dem Ball bleiben. Ja, ja, ja. Ich bin sowieso ein Stammesmitglied, der abwarten. Echt? Nee. Hoch. 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 Ich habe dann auch nicht gelesen. Booster 4. Oh, 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 oh. Oh. Oh, das war so. Oh, das war klar. Schade, wenn das geklappt hat. Ja, ich hatte keinen Boost mehr, um nochmal ein bisschen den anzusetzen. Wo? Hab ich? Hab ich nicht, der ist ja noch vorne angekommen. Okay. Nein. Nice. Hä? Wie bin ich denn? Ich war im Boden bei mir und bin dann aus dem Boden rausgeboostet. Das ist aber auch noch rum. Ich hab keinen Boden gesehen, wenn ich ganz ehrlich sein. Bin ich bei mir gar nicht geflogen. Ja, schön. Oh. Oh. Vielleicht hätte ich da direkt hinfahren sollen. Ich hab's. Na, hey, wieso fetzen denn ich? Oh, jetzt soll ich noch. Shit, ich wollte ihn wegfloppen. Hm. Uh. Hm. Ich hab's hart versorgt, ne? Immer. Ja. Jetzt. Das war wahrscheinlich eben das. Hä? Keiner will. Ja. Ja. Marien, das wäre so... Nein, ooooh. Es wäre so eine witzige Wiederholung, wie das noch gezeigt hätte. Keiner will. Oh, der kommt? Ja. Da kann ich auch nichts machen. Oh, der wollte mich noch wegkaraschen, karatzern. Oh. Ja, war ein Fake. Ich hab' ein Begleitschutz mit mir. hallo hat sie in jets von assi von uns so er sucht sich halt über jahre so wir haben ihn jetzt richtig hart wenn du verstehst was ich meine ich verstehe was du meinst ich war dann immer in einer von uns ja wollte auch keiner mehr sehen aber hab ich den volker reingeballert schon hochgelegt und dann geslammend also mittelmäßig den hatte ich fast versaut wär ich da gewesen weiß ich doch gar keinen king von denen das war meine perspektive was war denn ja schön kannst du dir den holen ne noch nicht ich dachte er fährt weiter nicht mehr nice weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee man gibt's nice matchmaking war halt in unserem früheren Leben grandmaster champion Oh, 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 oh man, wieso hab ich den so hart verkackt? Weißt du, ich hab den Frixen geblieben, ja? Doch, kannst du. Die ist halt schon völlig demotiviert. Er wusste gar nicht, was er machen soll, Alter. Das tun wir jetzt auch ein bisschen rein. Okay, jetzt tut's mir nicht mehr leid, danke. War echt nice, Matchmaking. Overall? Oh, der ne dumm. Er auch. Pff, ne, man getäuscht. Ah, nicht geil genug, sollte eigentlich heftiger sein. Ich bin zu dicht dran, ich bin zu dicht dran. Hä? Ja, irgendwie dachte ich jetzt... Oh, 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 oh. Ich bin die ganze Zeit so rumgeflubbelt, Alter. Ich hab überhaupt gar keine Kontrolle mehr über mein Auto gekriegt. Ja, weil er dich da getroffen, ne? Ja, und dann war einfach, ich bin nur noch geflogen. Ich bin mit dir zum Hohen. Der Beat drückt. Aber der Himmel war besetzt. Machst du nix. Wär so traurig, wenn wir jetzt irgendwie Copyright Strike... Irgend der Scheiß geht. Ne, wieso? Ich hab doch den Beat komplett anders gemacht. Ja, ist mir egal. Ist doch was komplett anderes. Boah, alle haben mich irgendwie weggekickt, Alter. Ja, ich versuch die wegzudrücken, damit du den nicht hast. Nicht, Alter, Fickscheiß. Nein, oh, den hätte er eigentlich nicht kriegen dürfen. Oh, oh, komm. Oh, mein. Ist jetzt mir geil, oder? Ja, nein. Ja. Ich weiß nicht, wie ich da rangehen soll, Manu. Ach, ich mein, ich hab die ganze Zeit so über mitgefahren hab. Oh, scheiße. So, jetzt aber. Ah! Pff. Ich hab da nicht gerechnet. Ich wollte die Leute nach vorne legen. Ich hab da nicht gerechnet. Das war richtig geil. In der Drehung. So, quasi nach 100... ...97 Grad ungefähr erwischt. Und dann einfach wieder nach hinten jetzt. Wer willst. Das passt auch. Scheiße, nicht mehr im Angriffsmodus war's. War ziemlich witzig. Ach. Das war ja sonst echt nice gewesen. Ich dachte immer so, ich hau mal die mal an. Jetzt gibt's die Hässe noch nicht. Oh. War das Katapult angeschmissen. Da ist immer die bessere Richtung sag ich mal. Ne. Ups. Ich hab keinen Boost. Kannst du den in der Regel aufhalten? Nur ein bisschen. Ich brauch keinen Boost. Hast du jetzt? Dann rüber? Oh. Oh. Wollte. Ich hab aber der einfach immer mein Dach rüber geschnitten. Pfff. Hahahaha. Hahahaha. Diese Runde ist nicht so unser. Klar, Alter. Ist da alles okay. Ich wollte sagen, diese Runde ist auf jeden Fall unser. Wieder versprochen. Bisher noch nicht gewesen. Ne. Aber er hat sich gut zu legen. Bisher da nicht gewesen. Bisher da nicht gewesen. Ich muss mal das Tempo halt machen, dass wir da nicht gehen. Oh. Ne. Shit. Ok. Jetzt aber. Ja. Ja. Was macht der? Der ist hier geraten. Ich weiß nicht. Vielleicht hat er sich gedacht, doch lieber Boost. Ich hab eigentlich auch gedacht, dass der hinten wäre. Na, ist gegen die Wand gefahren. Tatsache. Aber einer muss ja die Wandintegrität checken. Dass die hier ja zusammenbricht. Hier ist nämlich ziemlich viel Wasser in uns rum. Ne. Habt ihr das aufgefallen? Äh. Hier. Das will nicht. Nicht drüber. Oh. Der kommt da ran. Was? Durch. Ja. 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 Dank mir wohl schon. Das ist unser Mensch, Manu. Das ist unser Mensch, Manu. Ne. Ne. Was mach ich denn? Was macht er denn? Was macht er denn? Oh. Ich brauch ein bisschen was für ihn. Oh shit. Ja. Nice. Ja. Ja. War nicht so. Hallo. Aber der. Oh. Oh shit. Oh shit. Ich hätte vielleicht auch bleiben sollen. Ja. Wobei. Ich bin hier nicht getraffed. Ja. Alles scheißbar. Ich hab. Ja. Oh. Oh. Ich hab ihn. Harry. Nice. Oh shit. Oh. Ja. Schade. Das hätte ein schöner Rückpass sein können, wenn ich den gut angenommen hätte. Ja. Ich versuche nicht vorne mit hin zum Quetsch. Genau. Nein. Was mach ich? Der ist mir irgendwie... Ah. Ah. Ich hab ihn nicht mehr vorne mit. Ich hab ihn nicht mehr vorne mit. Ich hab ihn nicht mehr. Oh oh oh. Oh shit. Oh shit. Oh. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ich wollte den rüber sind. Alter. Ich hatte Angst, dass der Typ, wenn ich den durchlasse, den mach. Weil der da fuhr. So was dumm. So was mal vorne, ne? Das... So was mal vorne, ne? Das... Ja. Aber man muss vorne. Ich versuch das heben. Der hat voll die geilen Reifen. Sind die da Haushaus... Oh. Kiste-Turbo, Alter. Und aus dem ist das Pupits? Was? Mary Pupits. Pupits. Nice. Fängt noch nicht. Nice. Nice. Fängt noch nicht. Nice. Hallo. Hallo. Hi. Ich hab gerade gestartet, richtig? Natürlich. Ich hab' gehört, wie er fällig geworden ist, bald. Man meinte, ich will mitspielen. Jetzt schreiben wir können, Alter. Ich hab' doch noch. Ich hab' mal gesagt, ich hab' noch mal... Boah. Schließen. Ja. Das hätte gut. Viel Spaß, Alter. Am besten. Du bist aber auch irgendwie leise, zumindest bei mir. Weiß ich ja nicht ob. Bei mir? Mittelmäßig laut, sag' ich mal. Vorsichtig. Aber du bist jetzt auch nicht so mega laut bei mir gerade? Also, ne? Das weißt du doch überhaupt nicht Ja, ich weiß es auch Ich hab's versaut Los, komm mal Oh, nee Ist aber Ein ganz gepflegter Rückzug Okay Oh, der kam ein bisschen glänker Als ich Mit meinem Äuglein wahrnehmen konnte Ich hab's doch zu Fuß abgehauen Ich verbiete mir solche Kraft Was zum Ich fahre da vorwärts rum Ich hab den so richtig geil durchgelassen Guck, was ich kauere Ach, wisst du das? Ja, okay, ich sag's jetzt lieber nicht mal aufgenommen Ja, nee, möchte ich wissen Nee, ich sag's dir später im Vertrauen Jetzt, ja Ach, scheiße Ich hab's Hattest du trotzdem Mit mir zu Ja Aber dann wär der vorne gewesen Sei schwache, ich nicht Aber ganz groß Oh, ich fliege Hast du gesehen? Nee Oh, der kam auch Mega angeschossen Okay Okay, du musst mit Oh, come on Das geht hier schon wieder auf Ich hab Ja Oh ja, auch Hast du zu? Nein, kannst du dir nochmal snaggeln? Nein Vielleicht jetzt Shit Beinjuck Oh, das juckt uns nie Jungs Weißt du, aber das juckt noch Oh, außen Toppets immer Geschmack Ja, immer Geschmack auch Hab ich, glaub ich, früher wirklich immer verstanden Weißt du, dass halt in den Geschmack Weil ja außen offensichtlich Toppets ist Toppets? Toppahalik Klar, geht das nicht Nee, kannst du eben nicht Das ist dein Problem Oh, der trifft ihn doch nicht Der, weil ich den weggelangen hätte Ach, hab ich auch nie Nee, der erste Kann der Forschung Warte, wir müssen noch zwei Wollen wir anfangen? So, passt Hä? Oh Geht noch nicht So, jetzt nochmal volles mit Knochen Ja Oh, das hat echt Was geht? Das hat er gut gemacht Ja, das wollte ich nicht richtig Aber er hätte nicht hart begegnen Wenn ich jetzt wüsste, auf welcher Tastenkombi das ist, dann hätte ich auch fast schon eine Parade Oh, das war gar nicht so schlecht Na Aber Aber Oh Mann Halt echt gut abgehört Halt echt gut abgehört Ich weiß ja vieles Oh, Mitte Mitte Ich hab ihn gekickt Ich wollte ihn eigentlich weghauen, damit du freie Bar hast. Noch ist alles drin. Ja, machen wir ein Stück weiter. Ah, scheiße, die Panik. Ah, verknallt. Ja, ja. 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 So wenig Tor. War eine Mischung aus Panik und Bilderraserei. Und noch mehr Panik. Gepart mit... noch mehr Panik. Ja. Engelt. Nein. Oh, was zum... Ah, Mann. Ich will ja auch trotzdem noch einen sehen. Ja. Klasse, die Panik, ne? Jetzt hat er drehen können. Möchte ich, ne? Möchte ich aber nicht. Möcht. Möcht. Oh, den krieg ich jetzt. Scheiße, den krieg noch mal. Nee, tut er nicht. Ja, der könnte noch mal für uns. Scorn. Wir waren ein Tor. Ja. Schnell! Oh, ich dachte, wir kriegen. Oh, wir haben es schön gepackt. Oh, ganz schlimm. Dann ist er weg. Jetzt hat er verloren. So. Hauen sie rein. Abspann. guilt wallet insecure. So. Toll respect boozeau. Ja, egal diagnostic. Ich habe this good. hydratischbetal das hier.